Auf die eine Seite kommt die Tischbohrmaschine. Noch handfest anziehen. Ich habe mich jetzt hier für Schubladen entschieden. Und diese Platte wird dann eben unser schwenkbarer Boden sein, an dem unser Gerät, unsere Maschine befestigt wird. Die Sägeblattstärke darf man natürlich nicht vergessen. Und die Längsschnitte, die hier, die machen wir natürlich mit der Handkreissäge. Passt. Das Wichtigste, wenn man eine kleine Werkstatt hat, ist, dass man eben den Platz optimal nutzt. Dazu muss man seine Vorrichtung eben so bauen, dass man sie miteinander kombinieren kann. In meinem Fall werde ich in diesem Video heute eine Werkbank bauen, wo ich eben eine Arbeitsfläche habe, wo ich drauf basteln kann, Vorrichtung zusammenbauen kann, löten kann, kleben kann, wo ich eine Bandsäge habe, eine Tischbohrmaschine und das Ganze noch als Verlängerung für meine Tischkreissäge nutzen kann, wenn ich zum Beispiel lange Werkstücke sägen will. Wie ich das mache und was ich alles dazu brauche, siehst du in diesem Video. Also hallo und herzlich willkommen in der Mini-Werkstatt. So, normalerweise arbeite ich ja so, dass ich das Ganze immer modelliere, also in CRD, und dann die Platten zusäge. Ich kaufe meine Platten immer im Baumarkt, also nicht im Großhandel oder sowas. Und in diesem Fall waren die Platten zugeschnitten günstiger, als das Ganze im Fixmaß zu kaufen. In der Größe, die ich auch transportieren kann. Deshalb sind die Platten jetzt schon zugesägt. Falls du sagst, ich würde das gerne auch haben, genau in der gleichen Größe, oder ich passe mir das einfach selber an, aber ich hätte gern die Zeichnung, die Skizzen dazu, dann stelle ich sie natürlich auch online. Ich habe sie jetzt noch nicht gemacht. Also selber werde ich den Zusammenbau jetzt einfach aus dem Kopf heraus machen. Aber falls einer das braucht, kann ich es natürlich zur Verfügung stellen. Kostenlos natürlich. Der Zusammenbau ist jetzt eigentlich kein Hexengack. Ich gehe jetzt jetzt einfach zusammen schrauben. Der ganze Korpus besteht bei mir aus 15mm Multiplex. ? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, von unten kommen jetzt keine Schrauben mehr, das heißt, ich kann jetzt die Rollen anmontieren. Die mitgelieferten Schrauben, die nehme ich nicht, die sind mir zu groß, stattdessen nehme ich hier so 4x16er. Das reicht völlig aus. Noch handfest anziehen. Man platziert die Rollen so, dass du mit dem Fuß noch an die Pedale, an die Bremsen dran kommst. Also nicht, dass du zu weit innen liegst. Ja, und so soll das Ganze aussehen. Auf die eine Seite kommt die Tischbohrmaschine, somit als Fliptop, so ein Kippmechanismus. Den kann ich dann von der Seite ein- und ausklappen. Und links ist dann eben die Bandsäge. Und in der Mitte habe ich dann Stauro. Ich habe mich jetzt hier für Schubladen entschieden, weil es ja auch 50 cm tief ist, mit einem Vollauszug, kann man es ganz rausziehen. Dann habe ich alles, was drin ist, einfach im Überblick. Und da reiche ich auch alles schnell und einfach. Und wenn es dir bislang gefallen hat, dann hier unten abonnieren. So, und jetzt geht es weiter mit der Arbeitsplatte. Und zwar will ich jetzt hier an beiden Seiten Rechtecke herauslegen, also genau hier bündig zur Innenkante von den beiden Platten. Auf der Seite ebenso. Und diese Platte wird dann eben unser schwenkbarer Boden sein, an dem unser Gerät, unsere Maschine befestigt wird. Jetzt gibt es da verschiedenste Möglichkeiten, wie man das herauslegen könnte. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel einfach hier die ganze Platte in der Breite aufzutrennen und dann dort zu kürzen, wo eben die hintere Platte hier ist. Aber ich will eigentlich die mittlere Platte, also die Platte ohne die Böden, will ich eigentlich ganz lassen. Dann habe ich es auch leichter hier das Ganze anzupassen, wie ich es geplant hatte und wie ich es auch haben will. Deshalb werde ich es mit dem Multitool, mit dem Oszillierer versuchen. Das heißt, ich werde mir jetzt hier die Stelle markieren und dann hier eben den Schnittwagen an beiden und dann mit der Handkreissäge das auftrennen. Die Platte stelle ich mir jetzt eben so ein, wie ich es satt haben will, mit 2 cm Überstand hinten und markiere mir dann eben hier die Kante. Jetzt kann ich hier noch nachkontrollieren, ob die Maße hier auch so sind, wie ich es geplant hätte. Und los geht's, jetzt werde ich eben diese Linie erstmal versuchen, so gerade wie möglich zu sägen. Wenn es nicht klappt, dann muss ich dann immer noch versuchen zu retten, zu korrigieren. Aber deshalb fange ich auch mit der Rückseite an. Solange ich nicht tief genug säge, kann ich sie immer noch kaschieren. Ja, gut. Das war's. Und die Längsschnitte, die hier, die machen wir natürlich mit der Handkreissäge. Geht ja auch einfacher von außen hinein zu sägen, also machen wir es so anstatt hier mit dem herumzuhalbern. Damit es nicht runterfällt, wenn ich beide Seiten gesägt habe, verzähl ich es eben. Etwas in der Mitte, da habe ich ja die Platte vom Korpus, das sollte es dann abstützen. Der Schnitt geht auch frei, also den Schnitt können wir schon mal machen. Die Sägeblattstärke darf man natürlich nicht vergessen. Mit der Tiefe gehe ich voll rein, also volle Tiefe, damit ich hier den Radius nicht zu sehr spüre am Ende. Ein Mimikfleisch ist dann noch dran an dem Ganzen unten und das trenne ich eben mit der Handsäge, aber erst wenn ich die Seite dann auch habe, also die trenne ich dann beide gemeinsam. Das ist jetzt so. 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 So ungefähr. Davor will ich aber den Korpus noch lackieren. Das passiert übrigens, wenn man die Farbe nur halbherzig umrührt. Das werde ich in zwei Schritten mit den Mündigfäsern machen. Dann noch die Ecken bearbeiten, die Angelpunkte, die Drehpunkte. Das heißt, der Kopf, der sollte hier reinpassen können. Und dann. Und. 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 Vielen Dank.